Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, wir befinden uns hier auf S13 und ich muss einfach noch ein kurzes Video machen, um etwas riesengroßes anzukündigen, denn ich habe heute Morgen auf S18 ein richtig langes Video gedreht. Das wird allerdings erst morgen oder so hochgeladen, weil das um die 250 MB groß ist. Es geht 53 Minuten lang. Das muss man sich echt mal auf dem Munde zergehen lassen, aber das ist alles gleich, weil ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich habe jetzt die Millionen Gold auf der Hand und werde jetzt hier ein bisschen was skillen und genau, dann werde ich den Rest sozusagen sagen. Genau. Das heißt, hier auf S18 habe ich verdammt viele Dungeons gelegt. Habe ich viel geblättert, also richtig viel auch wirklich. Und dieses Video wird einfach richtig episch, allerdings wird es eben erst morgen hochgeladen, weil ich einfach wirklich eine schlechte Internetverbindung habe oder eine zu schlechte würde ich mal sagen. Und da, das wird eben erst morgen hochgeladen und deswegen will ich das hier jetzt schon mal richtig groß ankündigen, weil es richtig ein episches Video wird. Ich habe, wie gesagt, viel geblättert und ja, dann habe ich jetzt schon meine 10 Millionen Gold weg. Das ging echt schnell. Die Stadtwache lasse ich noch kurz durchlaufen. Die alles habe ich da nicht ganz durch, aber ich konnte halt keine weitere Quests mehr machen, weil ich eben 10 Millionen Gold hatte. Und ja, das war es auch schon. Das ging sehr schnell, aber ich wollte ihm das noch kurz ankündigen eben. Und ja, da könnte ich echt nochmal drauf gespannt sein. Bis dann, Leute. Tschö.